Redenzbach und der Köln-Werke auch gar nicht. Ich sehe jetzt Leute, sie haben plötzlich eine Luft, in zwei Jahren oder so, und wir sitzen dort mit. Für, da war nichts öffentlich, da wusste gar nichts. Manche Leute, vor fünf, ne sieben Jahren oder so, und da gab es drei Leute. Du hast ihn? Charles? Du hast ihn? Der Smoker? Ach so, ich weiß nicht. Ja, das war die Heimat. Ja, das war die Heimat. Ja, das war die Heimat. Und da gab es noch mehr, die Leute, wie sie gesehen haben, dass sie irgendwo ein Foto gemacht hat. Der Wolf, so richtig verfolgt von denen. Also, die Reaktionen oder so. Die haben richtig, ein oder zwei Reporter richtig verfolgt von Autos, die hinterher, wenn sie kamen. Also, dass sie wirklich, die Bären nicht hatten. Und sie konnten sie nicht mehr machen, weil sie irgendwie nicht mehr. Aber es gibt ja auch ein Foto zu machen, um wirklich zu sehen.